Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee verschiebt nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Der ist keinen Argumenten zuwänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Der will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Oportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreichen, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Was habe ich gelernt? Was soll das heißen? Sie können Feglein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn. Wenn er sich ohne Befehle entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Feglein. Feglein! Feglein! Ah, ach 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 Vielen Dank.